Tabellenführer Borussia Dortmund beginnt die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig, Samstag, 18.30 Uhr. BVB-Trainer Lucia Favre muss dabei jedoch in der Abwehr improvisieren. Wie der Kicker, berichtet, hat sich Innenverteidiger Ömer Tobrak im Training am Mittwoch verletzt. Der 29-Jährige soll sich eine Muskelverletzung zugezogen haben. Da Manuel Akanji, Hüfte, frühestens im März zurückkehren wird und der Naxel Zagadou nach mehreren Wochenpause noch nicht bei 100% ist, sind die Abwehrsorgen beim BVB groß. Zwei Tage vor einer Partie müssen nicht alle Spieler obligatorisch draußen sein, wird Dortmunds Übungsleiter im Fachblatt zitiert und spielte damit auf den am Donnerstag beim Training fehlenden Tobrak an. Sein Einsatz am Samstag bleibt fraglich. Somit muss Favre gegen RB Leipzig auf Abdou Diallo und Julian Weigl in der Abwehrzentrale setzen. Der 23 Jahre alte Weigl, der von PSG und Ex-Trainer Thomas Tuchel umworben wird, sammelte im Wintertrainingslager in Marbella auf dieser Position weitere Spielpraxis. Giallo, in Spanien nach überstandener Verletzung nicht mit vollem Trainingsumfang, sei laut Favre voll einsatzfähig. Baleadi im Länderspieleinsatz, Reus und Alcazar für Neuzugang Leonardo Baleadi steht indes noch nicht zur Verfügung. Der Argentinier weilt mit der U2-0 Auswahl seines Landes bei der Südamerikameisterschaft in Chile. Dennoch hat der Tabellenführer auch gute Nachrichten zu vermelden. So werden BVB-Kapitän Marco Reus und Stürmer Paco Alcazar beim Tabellenvierten wieder zum Aufgebot gehören. Reus verpasste große Teile des Trainingscamps aufgrund eines Infekts, Alcazar laborierte an einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Paco ist fit, er kann spielen, bestätigte Sportdirektor Michael Zorc. Goddard